Der Gehorsam Abrahams erklärt unsere ganze Geschichte. Noch heute sind die Juden das Volk des Gehorsams, nicht mehr den Geboten Gottes gehorchend, sondern den Befehlen eines geheimnisvollen Schicksals. Warum diese Treue? Wofür? Am 12. März 1939 war es sogar uns klar geworden, dass die Besetzung der Tschechoslowakei unmittelbar bevorstand. Meine Eltern beschlossen, mit dem Auto in Richtung ungarische Grenze zu fliehen. An unsere Ankunft in Brünn erinnere ich mich noch ganz genau. Wir fuhren auf einen großen Platz. Plötzlich ein abruptes Halten, Angst, Verwirrung. Vor meinen Augen erhob sich ein riesiges Gebäude, Rathaus oder Kaserne. Vor dem Portal zwei Wachsoldaten mit jenem Helm auf dem Kopf, der in aller Erinnerung bleiben sollte. Sie waren da. Trotz allem, was noch geschehen sollte, bleibt für mich das Hitlerreich, immer wenn ich daran denke, spontan in zwei reglosen Wachsoldaten verkörpert. Keine Gesichter, nur zwei Helme. Als wir wieder nach Prag zurückkehrten, war es Nacht. Der Vorabend unserer Abreise ist von einer Szene bestimmt, die in meiner Erinnerung unwirklicher und anders ist als alles, was in jenen Tagen geschah. Nach dem Abendessen war mein Vater wie gewöhnlich allein im Salon geblieben. Doch nach einer kurzen Weile bat er mich zu sich. Mein Vater lehnte am Klavier, als wäre er sehr müde. Er öffnete ein kleines Etui und zeigte mir einen Ring. »Er ist für dich«, erklärte er mir. »Er wird dich an das Land erinnern, das wir verlassen.« Den wahren Grund unserer Abreise hielt man vor mir verborgen.